Lippel oder die Post war da, die himmlische Post. Und zwar heute ist das Ersatzteil gekommen für den Cadillac. Warum der Cadillac zurzeit nicht fahrbar ist, wie ihr in den letzten paar Vlogs gesehen habt, hat mir immer dann einen sehr hässlichen Wagen. Und das Paket ist da, was die Rettung bedeutet. Ja, das heißt morgen wird das Teil eingebaut und dann hoffentlich fährt der Cadillac wieder. Aber wir packen mal das Teil aus und dann zeige ich euch mal, was genau eigentlich kaputt ist. Das, liebe Freunde, ist das Paket. Wer weiß schon, was drin ist? Wer kann das vermuten? Es muss irgendwas Breites sein. Also ich würde ja jetzt, also wenn ich es jetzt wirklich nicht wissen würde, ich würde ja sagen, es muss wohl etwas in der Breite wahrscheinlich sein. In der Länge wahrscheinlich unwahrscheinlich. Wenn, dann wäre es ein Auspuff. Das kann ja wahrscheinlich eher nicht sein. Also muss es eher was in der Breite sein. Und es ist ungefähr, ja, nicht ganz Fahrzeugbreite, aber es geht so in die Fahrzeugbreite. Was könnte das sein? Ich würde wahrscheinlich irgendwie was mit Achse verstehen, Antriebswelle oder irgendwie sowas. Aber tatsächlich befindet sich da drin, ich sag's noch nicht, ich schaue einfach weiter und dann sehe ich das gleich. So, und was ich richtig cool finde, sind immer diese Magnete hier. Das ist immer voll cool. In jedem Paket ist so ein Magnet dabei, das ist immer ganz praktisch, weil man die immer sehr gut gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn man gucken will, ob das Auto gespachtelt ist, habe ich zwar noch nie, aber trotzdem. So, und um mal zu zeigen, wie viele Bestellungen ich schon bei Rock Auto gemacht habe. Witzigerweise haben wir den schon. Naja, macht ja nichts. So, eins, zwei, drei, wo war der doppelt? Nein, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Bestellungen in, keine Ahnung, weiß nicht, paar Jahren. So, das haben die noch nicht so lange. Ich glaube, so zwei Jahre oder drei Jahre machen sie das mit den Magneten. Okay, jo, ja, dann machen wir mal auf. Ich hoffe, dass ich das hinkriege mit einer Hand. Und ich hoffe, dass dieses Teil vernünftig ist und nicht irgendein Schrottteil oder so und halbwegs lange hält. Ich weiß noch nie, wie ich es mache. Ich bin alle halben, drei, die Lampen. So, hier. Ich glaube, ich muss es hier reingehen. Warte mal, komm mal hier. Ey, ey, ey. Jetzt. Das ist gar nicht so einfach. So, es wird schon reichen. Warte mal, ich hole es mal raus. Ja, mein Gott, ich komme ins Schwitzen beim Paket auspacken. Wahnsinn. Naja, nicht ganz, aber das war jetzt schon ein bisschen kämpferlich. Das hier ist ein Lenkgetriebe, liebe Leute. Genau. Und zwar sitzt hier oben eine Stange dran, die zum Lenkrad geht. Hier sitzt die linke Achse dran, da. Und hier sitzt die rechte Achse dran und im Prinzip, beziehungsweise rechte Rad, linke Rad. Und durch das Drehen von dem wird Servopumpeflüssigkeit hier drin zirkuliert und sorgt dafür, dass man relativ angenehm lenken kann. So, und das Ding ist kaputt. Ich weiß zwar nicht genau, was daran kaputt gehen kann, weil normalerweise halten die echt ewig. Aber irgendwas blockiert in diesem Ding mächtig. Also das, was jetzt im Cadillac aktuell drin ist. Und deswegen müssen wir das jetzt austauschen. Hier kommt dann ein Kabel an. Also hier ist ein Kabel, da kommt dann die Elektronik dran. Und irgendwo sind zwei Eingänge da, genau, für den Zulauf und Ablauf von der Servoflüssigkeit. Ja, das wird sowieso eine Action, das zu integrieren und einzubauen. Das wird dann mal spaßig. Ja, da muss man noch Spur vermessen, weil da hängen dann die Köpfe dran. Und dann muss man Spur vermessen, weil das ja nicht immer alles 100%ig Millimeter genau ist. Also das wird schon eine Aktion. Aber ich freue mich drauf und ich werde vermutlich Hilfe haben. Oder die machen es komplett, ich weiß es nicht, mal schauen. Weil das Auto steht in der Werkstatt. Ja, heute fehlt doch noch was Besonderes an. Und zwar die Waschmaschine. Beziehungsweise der Waschtrockner. Liebe Leute, die Waschmaschine ist kaputt. Und ich habe schon aufgemacht und habe schon reingeguckt. Das ist faszinierend, ja. Ich zeige euch das mal. Das ist unser gutes Stück. Ein schöner Waschtrockner. Der kann waschen und trocknen. Voll geil, ja. War schweigeteuer. Und ja, ist nicht das erste Mal, dass irgendwas nicht an der Waschmaschine geht. Die ist jetzt nicht mal zwei Jahre alt. Und da war schon dreimal ein Techniker da. So, und jetzt mache ich hier auf. Und was ist hier? Ein Schlauch ab. Wie kann sowas sein? Also unglaublich. Ja, es ist nichts Schlimmes. Aber ich habe mich voll gewundert. Ja, ich mache so meine Welche. Und plötzlich fängt das da an, so voll Krach zu machen. Das war voll laut. Boom, 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 boom. Hat es gemacht. Ich dachte, was ist denn da los? Und der Schlauch, der lag hier so in der Seite hier hinten drin. Und jetzt müsste es eigentlich wieder passen, hoffe ich. Das ist ja faszinierend, ja. Also unglaublich. Man kauft so teuer in der Waschmaschine. Und alle, keine Ahnung, halbe Jahre ist irgendwas kaputt. Das kann es ja nicht sein, oder? Also wirklich. So, schauen wir mal, machen wir mal Ström und schalten mal, ob sie weitermacht. Schauen wir mal, so. Ach, Schine weich mich nicht. Also die hat schon gewaschen, ja. Also sowas nicht, aber es war halt unglaublich laut. So, mach mal. Wahrscheinlich fängt der jetzt von vorne an. Aber müsste man ja gleich merken, ob es passt oder nicht. Weil die Trommel sich da jetzt dreht. Man sieht es jetzt nicht so gut. Ne, noch dreht es nicht. So, jetzt. Jetzt müsste er drehen, glaube ich. Ne, immer noch nicht. Jetzt kommt erst mal Wasser. Wasser! Los geht. Für die Leute, die noch nie eine Waschmaschine vorhin gesehen haben, herzlich willkommen. Das da ist Beton, also schweres Beton, das dafür sorgt, dass die Waschmaschine nicht anfängt zu fliegen. Dann haben wir hier, das in der Waschmaschine ist, der Trockner. Ja, also das ist im Prinzip bei der Waschmaschine dafür zuständig, weil das ja ein Waschtrockner ist, dass die trocknen kann. Weil hier sieht man hier die ganzen Schläuche, da kommt das Wasser rein, beziehungsweise hier ist ein Rückläufer. Sprich, er benutzt das Wasser zum Trocknen. Klingt komisch, ist aber so. Und ja, hinten ist dann natürlich ein Riemen hier unten. Warte mal, ich mach mal einen Nine-Shot an. So, da unten, seht ihr das? Der schwarze da, das ist ein Riemen. Ja, also wie man es beim Auto eigentlich kennt. Und da unten ist der Motor, der die Trommel im Prinzip dreht. So. Mit so einem Motor kann man viel Blödsinn machen. Also, man könnte damit viele Sachen bauen. So, aber jetzt, seht ihr das? Wenn ihr es jetzt dreht, zack. Und hier sieht man auch, wie sich hier das alles bewegt. Es ist wagt und bewegt sich und rüttelt. Es muss sich bewegen können, sonst würde die Waschmaschine abheben. So, aber sieht so aus, als würde wieder alles passen. Gut, dass ich ein Händchen für sowas habe. Sonst müssten wir wieder einen Techniker bestellen. Das würde wieder Tage dauern. Dann könnte er wieder nicht ewig waschen. Und dann, ja, stellt er wahrscheinlich eh wieder eine Ersatzmaschine hin. So, wunderbar. Zack. Da wird mir schwindelig. So, Xenia hat sich schon sehr dankbar erwiesen. Oder dankbar gezeigt. Weil die Waschmaschine wieder geht. Yippie, yay, yay. Und ich werde jetzt, glaube ich, die Computer zocken. Wahrscheinlich einfach nur für mich. Und ein paar Videos bearbeiten. Und ja, somit endet dieser Vlog für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe es euch gefallen, wenn ihr euch ein Like da lassen. Morgen unbedingt einschalten. Wir fahren zur Werkstatt und bauen das Teil ein. Muss ich mal gucken, wie viel ich genau zeigen kann. Von der Reparatur muss ich mal schauen, muss ich absprechen. Aber mal gucken. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder im Cadillac. Und nicht mehr im Chrysler. Also bis dann. Ciao, ciao.